Auch für Lucia wurde uns vorhin die Hölle heiß gemacht. Nur ganz knapp haben wir es geschafft zu siegen. Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Yoshis, zu einem weiteren Part Star Wars The Force Unleashed. Ja, Bail Organa ist gerettet. Und nun ist natürlich die Frage, was machen wir nun? Wir gucken uns jetzt erstmal das Lichtschwert an, denn wir haben ja ein paar neue Lichtschwerter. Ja, der Griff sieht schöner aus. So, Kampfkristall, da ich ja viel mit Blitzen arbeite, würde ich den verbesserten Blitz gerne nehmen. Und Kristalle, ähm, nimm wir mal den blauen, der sieht auch ganz hübsch aus. Was willst du? Gar nichts, Entschuldigung. So, Kostüme, was haben wir denn noch? Wir hatten doch vorhin ein neues bekommen, Dschungelkampf. Boah, das sieht doch mal hübsch aus, das ist doch genau meins. Nehmen wir doch gleich mal mit. So, unsere Machtkräfte, äh, 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 Machtkräfte, nicht Chem, äh, ach, ihr wisst, was ich sagen will. Oh man, peinlich. So, Machtschub verstärken wir als erstes, weil den können wir auf jeden Fall nochmal gebrauchen. Und dann nähern wir uns auch schon unser nächstes Ziel. Ruxus Prime, wo wir schon mal waren, das bedeutet wieder ganz viele lästige Druiden. Und dorthin führt uns unser nächster Weg. Wen wir dort wohl treffen werden? Hm, gute Frage. Das wird sich jetzt zeigen. Und kann Juno uns verzeihen, dass wir immer noch für Vader arbeiten? Ich weiß nicht, wie ich dieses Ding zerstören soll. Proxy und ich haben die Datenbanken nach Informationen über Ruxus gescannt. Wir hätten da einen Plan. Proxy? Das Imperium baut die Sternzerstörer mit Schott von Ruxus Prime. Auf der Planetenoberfläche gesammeltes Metall wird eingeschmolzen und dann in den Raum geschossen. Hiermit. Wenn ihr die Erzkanone erobern könnt, sollte es euch möglich sein, direkt auf die Einrichtung feuern zu können. Der Aufprall des komprimierten Erzes sollte ausreichen, um die ganze Werft zu destabilisieren. Natürlich müsst ihr zuerst zur Kanone gelangen. Ach, das sollte ich hinkriegen. So, dann wollen wir mal gucken. Das Empfangskomitee erwartet mich wahrscheinlich hier auch gleich. Hallo, du kleines Männchen. So, einmal aufladen. Und schwum! Und was ist mit dir? Willst du auch noch Ärger? Sehr schön. Was ist das da drüben? Da, 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 da. Wird's da etwas stresskleiner? Danke, dass du mir deine Bacta-Infusionen überlässt. Das finde ich sehr freundlich von dir. Okay, gut, lassen wir die Kleinen mal in Ruhe. Ja, ja, ja. Guckt mal, ich hab was für euch. Es blitzt, es leuchtet. Und es nennt sich Lichtschwert. Dann, 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 friss, friss, friss. Na, 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 na. Jetzt werden wir nicht aufdringlich. Mann, 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 Mann. Geht ja schon wieder gut los hier. Dim, 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 dim. Oh, oh. Na, super. Zum Glück gibt's die Blitze hier. Dam, 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 dam. Wer möchte als nächstes sterben? Immer nur herkommen. Soll ja hier keiner vernachlässigt werden. Da sind die Ersten schon wieder tot. Guckt mal, ich hab noch Nachschub für euch. Das könnt ihr nicht. Aber schön, dass ihr's versucht. Ist noch nicht tot? Oh. Jetzt ist er tot. Sehr schön. Da, 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 da. Wir machen mal wieder alles kaputt. Einfach, weil wir's können. Einfach, weil ich da grad Lust drauf hab. Ja, 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 was ihr alles sehen wollt. Ich will da auch so ein paar Sachen sehen, aber das interessiert auch keinen. Oh. Blitz, blitz, blitz. Ups. Tschuldigung. Hab mal wieder die Pause-Taste erwischt. Und Schessikowski. Schubidubidu. Hallo. Jemand zu Hause. Oh je, ich hab'n ganz, ganz mieses Gefühl, was jetzt kommt. Warum wusste ich das? Oh, ja. Dankeschön. Kommst du mal aus der Ecke da raus? Nein. Moment, ich tu'n sie ihn wieder an. Okay, das tut weh. Dum, da, dum. Oh, 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 oh. Au. Wow. Das ist aber nicht sehr nett von dir. Nee, das ist überhaupt nicht nett. Das ist scheiße, was du hier gerade machst. Okay, jetzt kommt er wieder mit seiner Rakete. Natürlich. Und schmecken wir ihn halt ein bisschen mit Blitzen. Also ich muss sagen, das Blitzen macht mir am meisten Spaß. Okay, ich dachte gerade, hier ist noch ein Monochron, aber gut zu wissen, dass hier noch mal... Oh Gott. Nochmal Bug da liegt. Sogar zweimal, das ist gut. Okay, das war wohl nichts. Doch, da lag doch was. Au. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich hab keinen Bock, wieder zerquetscht zu werden. Okay, jetzt gehst du mir aber ein wenig auf den Sack. Okay, so wird das nix. So wird das nix. So wird das nix. Lalalalalala. Okay, so wird das wirklich nichts. So greift er mich höchstens immer wieder an. Shit. Nein, voll auf die Fresse gekriegt. Alter. Okay, er versucht mich schon wieder zu zerquetschen. Das kann ja wohl nicht angehen hier. So, jetzt rein. Jetzt mach ich ein Geschnetzeltes aus dir. Friss dies und das und das nochmal. Und weil es so schön war, machen wir jetzt Schrott aus dir. Und rammst du dir uns. So. Genug davon. Was ich immer auch erst Gewalt anwenden muss. Fürchterlich, oder? Jetzt mal ehrlich. Fürchterlich. Aber wir sind noch nicht am Ende. Nö. Nö. Schutzt, deswegen schmeiß ich euch eher was entgegen. Das trifft's eher. Weg mit euch. Na, 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 na. Ich brauch hier drüben Hilfe. Brauchst du das? Komm her, ich helfe euch. Ich helfe euch runterzufallen. Und zu sterben. Hm, hätt' ich mal rüberschmeißen sollen. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ich muss da irgendwie hochkommen. Ach, komm ich ja sogar. Das ist ja gut. Ich hab auch gar nicht vor zu entwischen. Falls du das nicht geschnallt hast. Tschüss, tschüss, tschüss. Da sind sie alle weg. Da bist du platt, wa? Da bist du platt. Alle erledigt. Sehr schön. Leute, springst durch die Energie, aber es passiert dir nichts. Sehr witzig. Genau mein Humor. Na, 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 na. Wie wär's mit einem köstliches Lavabat? Obwohl, nee, nee, ich spring da hin oder nicht rein. Ich muss nicht aufpassen, dass mir das nicht passiert. Oh. Kuckuck, habt ihr mich schon vermisst? Kuckuck, habt ihr mich schon vermisst? Kuckuck, da ist er, erledigt ihn. Da ist er, erledigt ihn. Ey, du komischer Sack da von einem Imperium-Soldat. Gib mir mal deinen Bagda. Los, rück's raus. Dankeschön. Jungs, wenn ihr mit mir spielen wollt, dann sagt das doch einfach. Gib auf oder schau. Seid sofort schweben. Nö? Au, 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 au. Das sieht aus wie ein Tier oder was? Runter mit euch. Wie sollen wir uns dagegen verteidigen? Ihr könnt euch nicht gegen mich verteidigen, das ist ja das Problem. Aber süß, wie ihr es versucht. So, der ist in der Lava. Da, 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 da. Und da ist der Generator kaputt. Tja, Technik-Dieb begeistert. Könnte ich jetzt mal das erwischen, was ich auch... Den wollte ich zwar jetzt nicht treffen, aber okay. Dann eben halt auf die harte Tour. Da, 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 da. Hast du wohl auf, mich hier anzufassen? Ei, 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 ei. Ja, Leute, ihr seht schon, ich bin hier heiß beliebt. Ich bin hier total beliebt. Beliebt wie Fußpilz. Ich komme ja schon von der anderen Seite. So, was haben wir hier? Haben wir hier noch was? Oh, Holocon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, ihr Lieben, aber bevor wir weitermachen, würde ich sagen, da der letzte Part schon so lang war, werden wir diesen Part jetzt etwas kürzer halten. Sprich, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Also aufs Däumchen gedrückt, einen Kommentar hinterlassen. Abonnieren nicht vergessen, um nichts zu verpassen. Bye, bye. Euer Drake.